Friends, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren United-Video. Dieses Video ist tatsächlich ein bisschen speziell. Ihr hört im Hintergrund vielleicht schon gelabert. Ich hoffe, ich kann rüberlabern. Ich denke aber schon, das ist mein Game zu Master. Wenn ich das Game jetzt gewinne, bin ich Master. Freue ich mich mega drauf. Ich werde aber auf jeden Fall ruhiger sein als sonst. Fast vielleicht sogar gar keine Coms machen. Wir werden sehen, weil heute bin ich mega entspannt. Und es läuft mega gut, wenn ich mal ruhiger bin. Deswegen, enjoy das Gameplay. Und dann hoffen wir, dass es klappt. 50% oder so. Das klingt krass bei der Rallye. Das ist ein Kuddel auf dem Spot. Dieser Floor war auf jeden Fall perfekt. Der hat einen meisten Prozenteuer. Hab ihn noch? Nice. Wie können sie hingehen? Die machen richtig viel Schaden. Ja, aber es ist cool. Ab ihn. Nice. Oh, wir müssen weg. Oben ist Jungler, oben ist Jungler. oh der ist immer noch da ich hab mir was geklaut Zum Gegner, ist die Zerrora, ist gut, passt auf. Ja, ja. Ich muss mir schon über die Dämonisch halb ich kurz nicht mehr. Ich habe die Dämonisch auch gemacht. Bitte danken. Bitte danken. Zerrora kommt wahrscheinlich wieder hoch, achte. Nice. Auf die Nenya kommt. Zerrora ist auch hoch. Ich habe Level 6. Ach ey. Ja, ich muss mal rausflaschen. Ich bin 14. Ich kann nichts machen. Ich komme jetzt gleich auch schon runter für Dingens. Die Bienen sind da. Wir haben jetzt den Ova gesehen. Ja, Bot Glam ist da. Ich komme runter. Was sollten wir eigentlich zuerst ausfokussen hier auf der Bucht? Goal Nona und dann? Ja, Goal Nona. Und dann den Ova. Relax, du es auch, Bot? Ja. Ich muss ein bisschen weiter hinter chillen. Ich habe drei geshared. Nice, nice, nice. Ich halte ihn ab. Nafi-Tay ist drauf. Nafi-Tay ist drauf. Danach kommen wir great an. Hab ihn. Great, great, great. Ich habe 40. Ich habe 40. Ich gebe oben mal. Einfach mal. Und weg. Lass die Pfeil, lass die Pfeil. Wenn die so deep gehen. Ja, wenn die so deep gehen. Äh, Top. Einfach hier, oder? Nice. Jetzt ist aber top. Äh, Voluna ist weggegangen. Ne, wir sind ja zu drast. Wir sind ja weg. Die Brot haben wir angefangen. Ja, das Ding ist da. Nafi-Tay ist da. Und Nafi-Tay ist da. Und Nafi-Tay ist da. Und Rilazzo. Nafi-Tay ist da. Nafi-Tay ist da. Nafi-Tay ist da. Das ist mal da, oder? Hab ihn geknickt. Was? Hab ihn besser gesagt, oder? Oh mein Gott. Äh, hier haben sie gar keinen Bock mehr. Ich geh auch nochmal von Duncan. Ich kriege noch einen Kussiger durch. Nooo. Ja, ich glaube, der Schatz nicht. Kein. Kommt ihr noch raus? Zeraora kommt auch. Die kommen alle. Ich bin durch. Achtet drauf, dass sie aus. Mein Spiel leckt. Nee, ich schlafe noch. Ich bin einfach so fucking müde. Zeraora läuft oben lag. Ach, ich weiß, was ich den Rilazzo genommen habe. Geh weg. Ich will nicht schlafen. Oh, von hinten. Zeraora. Von ganz hinten. Ich hab Rilazzo raus. Ich holte den Rilazzo raus. Ich holte den Rilazzo raus. Danke, danke, danke. Ah, das war strong. Wir sind noch zwei. Aber ist okay. Direkt unten Dings holen. Mach Dings, mach Dings. Ihr verdammt. Guck dir die noch gut. Ja. Haltet die ab. Ich bleib hier auf. Ja, haltet die ab. Ich auch. Ich bin nicht klar. Ich kann hier nicht lasten. Hast du Aurora weg? Hallo. Er flasht rein. Ja, ich hab ihn halt hochgeroben. Okay, die sind viel zu spät. Ich kann wohl Nona hier nochmal rein. Ey, nee, das Auto-Aim ist wieder am Arsch. Oh mein Gott. Der ist so. Ich bin so. Das war das schnellste Match, ey. Leute. 155-0. Holy shit. Das war nicht geintet auf der Toplane. Ist so. Ich hab deine auch gut gemacht. Ja, aber... 12 ist das tot. 12. Und 11 Kills, Alter. Was da bei euch unten abging.